Boah, ist das ein dickes Ding. Hm, die Tomate sieht ja rot aus, fast ein bisschen künstlich. Künstlich? Ihr habt doch bestimmt schon mal was von genverändertem Mais, also Gen-Mais, mitbekommen. Das ist nur ein Bestandteil der sogenannten grünen Gentechnik. Wir werfen heute einen Blick auf transgene Pflanzen und Tiere und geben euch anschauliche Beispiele. Also, worauf warten wir noch? Wenn man über grüne Gentechnologie spricht, dann meint man damit immer gentechnisch veränderte Pflanzen. Diese werden in der Fachsprache transgene Pflanzen genannt. Bei diesen Pflanzen wurde mindestens ein Gen aus einem artfremden Organismus eingebettet. Die grundlegenden Ziele bei transgene Pflanzen ist zum einen die Ertragssteigerung und zum anderen die Steigerung der Widerstandsfähigkeit gegen Schädlinge und Krankheiten, die die Pflanzen vernichten oder zumindest unbrauchbar machen könnten. Weitere Ziele können Kälte und Dürre resistentere Pflanzen sowie eine Verringerung des Düngebedarfs sein. Das Sollziel dieser Genforschung ist, eine ideale Nutzpflanze mit allen positiven Eigenschaften und gänzlich ohne Nachteile zu erschaffen. Dies ist bislang trotz jahrzehntelanger Forschung jedoch noch nicht erreicht worden, aber wer weiß, die Forschung auf diesem Gebiet steht ja schließlich nicht still. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele für transgene Pflanzen an. Ein gutes Beispiel für transgene Nutzpflanzen ist die gentechnisch veränderte Maispflanze. Sie gehört zu den ersten transgene Pflanzen, die entwickelt wurden. Dem Mais wurde ein Gen aus einem Bakterium eingeschleust, das daraufhin ein Toxin kodiert. Dieses Toxin wirkt als umweltschonendes Insektizid und wird in sämtlichen Zellen der Maispflanze produziert, sodass sämtliche Fressschädlinge, wie zum Beispiel Raupen, sterben, wenn sie am Mais naschen. Zweitens, ähnliche Forschungsansätze gibt es auch schon bei der Amphlora-Kartoffel, die jedoch nur als Rohstoff für die Stärkeindustrie im Non-Food-Bereich erlaubt ist. Sie wird hauptsächlich aufgrund ihrer guten Klebe- und Bindeeigenschaften genutzt. Wenn wir über grüne Gentechnik sprechen, so versteht man darunter nicht nur transgene Pflanzen, sondern auch transgene Tiere. Keine Sorge, keine Mischung aus Elefant und Zebra. Will man ein transgenes Tier erzeugen, so wird ein Fremdgen in die befruchtete Eizelle des Spendertieres eingeschleust. Durch die Verschmelzung wird das Fremdgen in das Genom der Zygote eingebracht. Im weiteren Verlauf der Zellteilung wird dann der erzeugte Embryo in die Gebärmutter der Leihmutter eingepflanzt und dort wächst das transgene Tier dann heran. Auch für transgene Tiere gibt es ein Anwendungsbeispiel. So kann zum Beispiel das Blutplasmaprotein Antithrombin aus transgenen Tieren gewonnen werden. Antithrombin grenzt die Blutgerinnung bei Menschen ein und schützt diejenigen, die beispielsweise einen Antithrombinmangel haben und daher nach Operationen anfällig für Thrombosen sind. Um Antithrombin herzustellen, werden überwiegend Ziegen genutzt. Das entsprechende Fremdgen wird in das Genom der Ziegen eingebunden, wobei das Antithrombin nur in der Milchdrüse der Ziege gebildet wird. Nach dem Melken der Ziege wird das Antithrombin aus der Milch wieder herausgefiltert und für Medikamente verwendet. So kann eine Ziege so viel Antithrombin bilden, wozu sonst 90.000 Blutspenden vonnöten wären. Jetzt wisst ihr auch Bescheid, wofür unsere letzten 10 Theorie-Videos gut waren, nämlich zum Verständnis der Gentechnik, an der Forscher intensiv arbeiten. Es gibt aber noch weitere Gentechnik-Bereiche, zum Beispiel die rote Gentechnik. Mit dieser beschäftigen wir uns hier oben links und darunter findet ihr unsere gesamte Gentechnik-Playlist. Alle Links sind natürlich auch in der Videobeschreibung. Wie immer Daumen hoch und abonnieren, würde uns sehr freuen und gerne bis zum nächsten Video. Alles Gute und Ciao! 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 !